Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Call of War und dem großen Community-Turnier. Wir haben Tag Nummer 2 erreicht und wir stehen auf Rang 11 mit 70 Siegpunkten. Und der große Krieg gegen Kolumbien, den wir vor wenigen Stunden begonnen haben, ist in vollem Gange. Wir haben bereits, wie sehen könnt, viele Provinzen eingenommen, darunter auch zwei der wichtigen Produktionszentren, Barranquilla und Puerto Inirida, sowie auch weitere Produktionsprovinzen und damit Kolumbien auch zum größten Teil wirtschaftlich besiegt. Ihre Produktionen sind größtenteils zerstört, sie haben auch viel militärisch verloren. Wir schauen ganz kurz auf die Verluste und sehen, dass diese aktuell stehen bei 4.955, unsere liegen bei 2.200. Damit sind ihre Armeen deutlich geschwächt, sie hätten noch einen Krieg gehabt gegen die KI hier unten, der noch nicht fertig ist. Das heißt, ihre Truppen sind soweit ganz schön angeschlagen. Man könnte meinen, es läuft ja eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt hier viele Gebiete eingenommen, man könnte morgen sicher durchbrechen und den Rest von Kolumbien besiegen, das wäre ja eigentlich kein Problem. Wenn da nicht zwei Allies wären, die sich Kolumbien angeschlossen haben. Denn wir hatten ja bereits befürchtet, da gäbe es eventuelle Allianzen und es war nicht ganz klar, wer mit wem und wer mit was. Es gab ja viele Gespräche auch zwischen uns und anderen Nationen hier in Südamerika. Wir hatten ja einige Nationen, die interessiert waren. Peru und Ostbrasilien zum Beispiel waren zwei der sehr wichtigen. Und da sah es auch so aus, als könnte man eine Einigung erzielen. Die waren ein bisschen kryptisch, wollten uns irgendwie nicht so richtig beitreten, wollten primär nur hier unten diese Koalition bekämpfen, die jetzt aber auch aus dem Spiel heraus ist. Von daher ist da eigentlich alles gut. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Leute mit Kolumbien arbeiten. Und nicht nur die, sondern auch tatsächlich die Karibische Inselrepublik. Damit stehen wir jetzt gerade vier Gegnern gegenüber. Und das ist eine ganz andere Realität. Und das macht es auf einmal deutlich schwerer, hier irgendwie zu bestehen. Denn auf einmal ist hier eine krasse Übermacht gegen uns. Wir stehen uns gerade hier gegenüber, bereits schon hier unten in der Provinz Turbo und hier in Manizales. Da sind Truppen hier aus der Karibischen Inselrepublik und hier sind Truppen aus Peru, die gerade einmarschieren. Sie haben mir das vorhin auch geschrieben. Ich habe versucht zu erklären, dass jetzt eigentlich das keinen Sinn mehr macht, eine große Koalition zu bilden, weil ja diese Koalition weg ist hier unten. Sie wollten ja ursprünglich alle alliieren. Also sie wollten ja quasi das für eine große Achter-Koalition bilden, nur um die zu bekämpfen. Aber jetzt sind ja nur noch irgendwie sieben Leute übrig. Oder ne, sechs sogar. Wir sind ja nur sechs Leute hier insgesamt. Das heißt, wir könnten super einfach eine Fünfer-Koalition bilden, Kolumbien einnehmen und dann werden wir richtig stark. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, verstehen sie das nicht oder sie wollen es einfach nicht glauben, beziehungsweise wollen einfach mit uns ein bisschen spielen und Zeit erkaufen. Und ich glaube auch, dass es Letzteres ist, weil sie auch Ähnliches geschrieben haben zu unseren Allies, die auch versucht haben, irgendwas zu verhandeln. Und wir gehen jetzt davon aus, dass sie uns ziemlich verraten haben, beziehungsweise einfach ein Spiel gespielt haben, was natürlich vollkommen legitim ist. Und das war eine richtig gute Strategie, hat gut geklappt, denn sie haben uns damit quasi so ein bisschen in die Falle gelockt. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Und das könnte jetzt schwer werden, denn wir haben mehrere Probleme. Zum einen ist es uns nicht gelungen, Kolumbien vollständig zu besiegen. Sie haben noch Militärpräsenz, gerade hier unten in Taracua haben sie einiges, hartiges sogar. Oh, weia. Kommt denn das her? Okay, ich bin nicht noch ein bisschen weiter beunruhigt, denn Kolumbien baut richtig auf. Sie haben zwar viel verloren und auch in dem Krieg gegen die KI viel verloren, über 6.000 Verluste insgesamt für sie jetzt, gestern und heute. Aber sie haben trotzdem noch große Armeen und vor allem diese hier in Taracua. Da stehen wir uns gerade gegenüber. Wir haben mobilisiert, sie haben mobilisiert, wir bauen bereits eine Fortifikation auf, aber sie haben jetzt Artis. Und die haben wir nicht, denn wir hatten ein großes Ressourcenproblem heute, denn wir mussten auf verschiedene Dinge reagieren und das war nicht mehr so einfach möglich. Zwei Artis, aber sind jetzt ein großes Problem für uns, denn da haben wir nichts, was wir dagegen werfen können. Wir können ja mal aus Spaß den Flieger losschicken, aber der wird da vermutlich wenig machen. Das ist natürlich jetzt ein Problem, denn wir haben keine eigene Artis, wir haben auch keine eigenen taktischen Bomber oder strategischen Bomber oder irgendwas in der Sturzkampfbomber. Wir haben da wenig dem entgegenzusetzen, wir müssen uns vermutlich zurückziehen. Das wird jetzt schwierig, denn ja, es ist ja eh schon klar, dass wir Probleme bekommen werden, weil eben diese feindliche Präsenz hier so stark ist und auch Peru jetzt hier ankommt mit einer unbekannten Menge an Truppen, weil jetzt auch die Schiffe hier oben stehen, das sind die Truppen aus der Karibischen Inselrepublik, das sind zwei Kreuzer, hier sind nochmal zwei Kreuzer. Also sie stehen hier richtig stark auch da und haben eine große Präsenz vor der Küste. Sie haben bereits ein Schiff versenkt von unserem Alley, einen Kreuzer, der aber immerhin einen Zerstörer versenken konnte. Und damit sehen wir uns gerade einer großen Übermacht gegenüber. Mein Plan ist jetzt fürs Erste zu verteidigen, das heißt, wir werden noch ein paar Gebiete einnehmen, wie auch jetzt hier zum Beispiel Boa Vita. Wir werden also quasi Kolumbien so stark schwächen, wie wir können, so viele Ressourcen rausnehmen, wie wir können, um unsere eigenen Truppen und Verteidigung aufzubauen. Und dann ziehen wir uns langsam geordnet zurück, bauen uns in einigen Zentren auf, gerade hier die Berge können super sein, bauen Verteidigung auf und halten einfach aus, solange wir können. Denn es gibt immer die Hoffnung, dass irgendwas passiert, dass wir irgendwas aushandeln können oder so, das ist alles möglich. Denn auch unser Alley hier drüben zum Beispiel ist gerade dabei, hier mit Ostbrasilien zu kämpfen. Die wurden wohl verraten von Ostbrasilien und versuchen jetzt hier irgendwie zu überleben. Ich weiß nicht genau, wo die großen Schlachten gerade stattfinden. Hier ist ein Flugzeug aus Ostbrasilien gerade in der Luft. Also da gibt es auch gerade größere Kämpfe. Ich weiß nicht, wo sie jetzt genau hingehen, aber man sammelt hier glaube ich gerade eine Armee zusammen. Das heißt ja, es gibt hier größere Gefechte und wir werden mal schauen müssen, was genau hier passiert. Das Problem für uns gerade ist, dass wir jetzt auch technologisch ein bisschen zurückhängen. Denn wir mussten heute einfach in der großen Angst vor diesen Gegenschlägen sehr viele Truppen bauen und das hat uns etwas gekostet an Zeit und Produktionszeit vor allem in unseren Zentren. Denn ich konnte dadurch nicht so viel forschen, wie ich wollte und wir müssen jetzt nämlich auf die neuen Bedrohungen reagieren. Das heißt, ich musste zum Beispiel gerade hier in Maturin oder musste eine Flugzeugfabrik bauen und muss vermutlich auch die Marinebombe erforschen. Denn wir müssen irgendwie diese Schiffe in Schach halten und das wird wohl nur so gehen, denn eine eigene Marine aufzubauen ist ein bisschen schwierig. Wir müssten da jetzt gleich vier Schiffe bekämpfen, das wird schwer. Aber ein Bomber könnte schon eher helfen. Aber gleichzeitig bräuchten wir auch Artis und wir bräuchten auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Sturzkampfbomber. Also ich bin mir gerade sehr unsicher, wie ich das angehen soll. Wir werden fürs Erste einfach Schaden anrichten, hoffen, dass Kolumbien fürs Erste einfach stark angeschlagen bleibt, dass ihre Produktion jetzt kollabiert, dass sie nicht mehr weiter versorgen können. Die Verluste der Gebiete hier, das wird sie auf jeden Fall treffen. Und wir haben jetzt auch viel Land bekommen, mit dem wir durchaus für eine Weile auch halten können. Also wir können quasi dann langsam uns zurückziehen, Provinz um Provinz, immer wieder mal kämpfen, ihnen Verluste zufügen. Das ist möglich. Wir müssen halt nur irgendwann was haben als Lösung. Ich hoffe, dass unsere Strongpoints halten werden. Gerade der Norden ist für uns eigentlich sehr gut versorgbar. Wir haben hier oben große Armeen. Wir haben hier mehrere Panzerwagen, Panzer, acht Infanteristen und sogar noch eine Flugzeugabwehr. Wir haben auch übrigens den kolumbianischen Jäger abgeschossen. Der hat hier vorhin mit uns gekämpft. Wir haben mit der Luftabwehr den abgeschossen, was gut war für uns. Das heißt, wir haben eigentlich das soweit ganz gut gemacht. Verstärkung kommt auch aus dem Osten noch an. Das heißt, wir werden auch da noch stärker werden. Und man könnte also meinen, dass wir eigentlich da ganz gut versorgt sind. Aber eben, wenn sie jetzt Waffengattungen haben, denen wir nichts entgegensetzen können, wie Schiffe oder jetzt Flugzeuge oder Artis, dann wird es eng. Was wir jetzt machen müssen vermutlich ist, wir müssen jetzt hier in der Geschützfabrik, die wir hier in Caracas haben, dann müssten wir jetzt eigentlich eine Artie bauen. Das ist die einzige Option, die ich sehe. Das machen wir jetzt auch mal, um da irgendwie auch was gegen machen zu können. Das dauert jetzt auch nur zwei Stunden. Das heißt, wir können auch mehr bauen. Wir müssen einfach das irgendwas tun. Das gute Kolumbien wird eben keine ihrer Verluste wirklich reproduzieren können. Sie haben einfach zu viel verloren. Also sie haben einfach keine gute Ressourcenproduktion mehr. Sie haben hier noch ein bisschen Stahl, ein bisschen seltene Erden. Und ja, auch nochmal hier seltene Erden und hier noch ein bisschen Nachschub und Getreide. Aber der Rest der Gebiete produziert noch nicht viel. Sie werden nicht viel bekommen daraus. Das heißt, ihre Produktion fürs Erste ist ziemlich angeschlagen. Ihr Gas ist weg. Ihre seltenen Erden hier sind weg. Hier ist nochmal Stahl weg. Hier ist nochmal Gas weg. Das ist für sie, glaube ich, schon ganz hart. Doppelstahl auch hier in der Stadt. Dementsprechend denke ich, dass Kolumbien nicht so viel nachproduzieren wird können. Aber diese Armee hier unten ist ja schon scary. Da sind halt jetzt 10.000 Infanteristen, ein Panzerwagen und zwei Artis. Da können wir nicht so viel entgegensetzen. Und das wird es uns schwer machen. Denn ich hatte gehofft eben, dass wir hier in der Stadt verteidigen können mit der Festung. Aber das wird durch Artis natürlich ein bisschen entkräftet. Also brauchen wir andere Pläne. Ich hoffe sehr auf unsere Allies. Gerade hier Nordbrasilien ist noch ziemlich frei. Die haben viele Truppen, die sie schicken können. Keine großen Gefahren für sie wirklich. Bis auf den Ostamazonas. Das heißt, sie könnten uns mit großen Mengen an Truppen unterstützen. Habe ich auch bereits angefragt. Sie schicken auch schon einen Zerstörer hoch. Müssen Sie aber aufpassen, dass er nicht versenkt wird. Und ja, ich habe auch großes Vertrauen in Maranao, die ja auch sehr super spielen, hier sehr viel wissen. Und uns sicher auch helfen könnten, wenn sie dann klarkommen hier mit Ostbrasilien. Aber das wird vermutlich schwer werden. Also die Hoffnung sieht gerade nicht so gut aus. Ja, wir werden eben hier von einer großen Koalition angegriffen. Ungeplanterweise. Was schade ist. Wir werden schauen, ob Team Germany nochmal zurückkommen kann. Aktuell stehen wir sogar eigentlich ganz gut da. Wir schauen mal ganz kurz auf den Score. Wir stehen hier auf dem sechsten Rang. Mit 200 Punkten. Knapp hinter dem Hispanic Empire. BM Fox, der französische Repräsentant. Und Team Corporate X. Beide übrigens die französischen Repräsentanten. Beide sind aus Frankreich. Beide sehr weit vorne. Mit großem Erfolg haben aber auch eine große Koalition. Wir natürlich haben nur drei Leute statt fünf. Das heißt, mit fünf Leuten wären wir schon irgendwo hier oben. Hinter der USA-Koalition. Also das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten muss ich sagen, die ist die Runde sehr messy. Die Zeitung ist ein bisschen unfreundlich leider. Da gibt es ein paar Probleme. Aber das ist insgesamt okay, denke ich mal. Das ist eben einfach so teilweise bei solchen Runden. Aber ich bin mir sicher, da werden beim nächsten Mal auch Dinge anders geplant werden. In Europa, da setzt sich Deutschland sehr durch. Besiegte gerade Frankreich. Hat die Tscheche, ist das Valkai bereits besetzt. Das sieht ganz gut aus für Deutschland dort. Libyen hat den Krieg gegen Ägypten gewonnen. Nigeria gewinnt hier. Burkina Faso ist auch am Siegen. Und generell die Frankreich-Koalition, also die französische Repräsentation, macht das richtig gut hier in Afrika. Und Australien wird bald besetzt von Westaustralien. Und so weiter. Also das sieht schon mal ganz spannend aus. Aber ich denke, da werden wir erstmal uns nicht wirklich irgendwas mit machen können. Wir könnten einfach mal Persien einladen. Ich glaube, die waren ja auch ganz nett zu uns gewesen. Persien kann man ja eigentlich mal einladen. Das machen wir auch mal. Die waren nämlich hier auch gemeint, sie könnten uns ja helfen. Das heißt, wir laden mal Persien ein, um uns noch ein paar Punkte zu bringen. Einfach um das Team Deutschland noch ein bisschen hochzubringen auf der Liste. Bevor wir hier irgendwann besiegt werden. Was aber natürlich kein großes Problem ist. Wir wollten ja auch nur im Spaß spielen. Und es war ja auch klar, ich spiele hier weder... Also ich habe ja weder wirklich jetzt, sag ich mal, mit großen Parametern rekrutiert. Ich wollte jetzt nicht irgendwie die Besten der Besten vom Kanal hier mitnehmen. Ich wollte einfach Leute mitnehmen, die Spaß am Spielen haben, die mitmachen wollen. Und ich bin ja auch selbst, ich meine, ansatzweise gut in dem Game, beziehungsweise erfahren. Ich spiele ja primär Supremacy. Das heißt, ich bin hier Level 31 oder so. Das heißt ja, in Call of War bin ich auf jeden Fall nicht wirklich die Quelle allen Wissens oder irgendwie besonders gut. Und daher ist klar, dass Leute mit Level über 100 hier uns natürlich besiegen können, wenn sie wollen. Und das ist wohl gerade was passiert. Also wir werden jetzt hier diese Provinz ausbauen zu einer unserer wichtigsten Verteidigungslinien. Wir werden uns hier zurückziehen aus den Wäldern. Wir werden die Küsten meiden. Wir werden versuchen, einen Marinebomber zu bauen. Wir werden versuchen, Artis zu bauen. Und wir werden schauen, ob wir uns hier zurückziehen. Wir können auch theoretisch die Stadt verteidigen. Und dann werden wir langsam deren Truppen schädigen und hoffen, dass sie langsam an unseren Verteidigungen zugrunde gehen, bis unsere Allies endlich da sind. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.